Es ist ein besonderer Baum, weil es der einzige tropische Baum ist, der bei minus 20 Grad überleben könnte. Und dann fand ich sofort diesen Parallelismus zwischen unserem Eis und auch mit uns. Also ein bisschen tropische Menschen hier im Winter. Und das fand ich die Idee sehr lustig und passend zu unserem Eis, ja. Ich bin seit 15 Jahren hier in Sachsen, in Dresden. Die allererste Idee war unsere erste Reise nach Mexiko. Da bin ich auch groß geworden. Und da hat sie das erste Sorbet gegessen. Das war so für mich eine Explosion im Mund von Obst. Einfach so. Du musst dir das vorstellen. Das war eine ganz winzige Hütte. Sie hat dort gelebt. Sie hat dort Eis gemacht und verkauft. Gloria heißt sie. Wir haben uns vorgestellt und sie meinte, ja klar, kommt so morgen, kommt hier um acht. Und dann waren wir zwei am nächsten Tag da. Und wir hatten einen Berg, so 50 Kilo Ananas. Und natürlich hat sie nur Obst benutzt. Und das war dieser Geschmack, den wir gesucht hatten. Und da haben wir dort gefunden. Sie war unsere Inspiration. Also da war die Frage, wie können wir dieses Erlebnis, das wir in Mexiko hatten, hier umsetzen mit diesen Zutaten, die wir hier kriegen können. Und zum Beispiel Chris weiß, was fantastisch ist. Da haben wir gesagt sofort, wir müssen eine Eisorte drauf machen. Ich denke, dass die Liebe durch den Magen gekommen ist. Herr Koch, natürlich ganz, ganz gut. Gute Frage. Und schwierig. Ja, ja. Also ich persönlich finde Sachsen meine Heimat. Wir haben unsere Familie gegründet hier. Aber seit dieser Zeit habe ich ungefähr vier oder fünf rassistische Angriffe. Ich habe das nie geäußert, weil es schwer, so etwas in der Öffentlichkeit zu sagen. Ja, konkrete Beispiele bei uns sehen. Zum Beispiel in der Straßenbahn, auf dem Supermarkt. Dass wir schneller sein sollen, weil wir hier in Deutschland sind und nicht in unseren Ländern. Ja, dass wir nach Hause gehen sollen. Natürlich in diesem Moment haben wir überlegt, wegzuziehen. Und ich hatte dieses Video gepostet und das war so oft gesehen, dass wir viele Nachrichten bekommen hatten, viel Unterstützung. Wir erleben hier viel Liebe. Ganz viel Liebe. Und toll Unterstützung von Menschen. Man braucht ein bisschen Zeit, aber auf der anderen Seite dann diese Verbindungen sind tiefer und auch ein bisschen ehrlicher. Also ich liebe das auch. Das ist auch schön. Hier mag ich sehr, dass man schätzt die Sonne anders. Auf Deutsch gibt es ein Wort dafür. Also Eiswetter. Und wenn die Sonne kommt oder gutes Wetter ist, ist Eiswetter. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch, sehr cool. Ich fühle mich hier sehr wohl. Das ist unsere Heimat. Und das ist hier unsere Auswahl. Und das ist eine tolle Auswahl. Ja, für unsere Familie. Ich kann mir kein anderes Ort für unsere Kinder jetzt vorstellen. Wir sind nicht hier. Der Thats Theombhouse Machst 3 Machst 3 Machst 4 Machst 4 Machst 4 Machst 5 Drape attractive shirts Im Vielen Dank.